Viel Spaß beim Marienhof. Wünscht euch L'Oreal mit Hydrafraîche, dem Feuchtigkeitscreme-Ger. Es wird viel passieren. Schlafen. Zwei. Wuldvoll. Umwerben. Lassen. Wenn du deinen Mann verlässt, dann bist du nicht mehr meine Topter. Ich, ich weiß ganz genau, wovon ich spreche. Und ich weiß sogar noch mehr. Dass du und dein dämlicher Fuzzi nämlich hinter Gittern gehört. Ja, und das für den Rest eures Lebens. Es wird viel passieren. Nichts bleibt mehr gleich. Nichts bleibt beim Alten wie gehackt. Es wird viel passieren. Es wird viel passieren. Es wird viel passieren. Nichts bleibt mehr gleich. Nichts bleibt beim Alten wie gehackt. Es wird passieren. Es wird viel passieren. Es wird viel passieren. Hey, komm doch auch ins Wasser. Zu dritt macht es so richtig Spaß. Hey, er hat wie gesagt, der Wasser geht so um. Konnte er nicht ahnen, dass du so wasserscheu bist. War wirklich nur Spaß. Mal sehen, wie wasserscheu du bist. Ich hab's vermasselt, Mann. So eine Scheiße. Die behauptet doch sicher, Robby hat sich das alles nur ausgedacht. Und der Typ, der hat sich ihn überhaupt nicht angefasst. Der hat so einen Scheiß. Doro, ab jetzt passiert sowas nicht mehr. Wir werden ihn beschützen, ja. Und warum hat sie ihm das angetan? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß es nicht. Dieser Typ, ja, der hat sich an Robby vergriffen. Und sie! Die will einfach nur ihre Ehe retten. Das ist es. Der Typ, der hat Kohle. Und das Leben bei so einem reichen Anwalt, das ist ihr lieber als ihr eigenes Kind. Mensch, die hat Robby, die hat Robby abgegeben! So ein besandliches Kind, das passt ja nicht ins schöne Leben. Und schöne Sachen, ein schönes Auto und ein schönes Haus, das ist ja wichtiger als so ein Kind. Scheiße! Mensch, Robby! Das ist am Telefon. Das war doch Mama, oder? Weißt du was? Was? Du vergisst das am besten jetzt mal ganz schnell, ja? Ich wollte nicht lauschen. Nicht böse sein. Ich bin doch nicht böse. Und ich hab dich doch lieb. Doro, lass mich nicht allein. Ich lass dich doch nicht halten. Eigentlich hat sich Roman heute recht gut gehalten. Ja, ich glaub, er kommt immer besser mit der Situation, klar. Na, schade, dass er nach Hause wollte. Hey, was ist denn? Du bist ja so still. Weißt du, vielleicht komm ja ich immer schlechter mit der ganzen Situation zurecht. Raus damit. Was ist los? Heute im Schwimmbad. Ich hatte totalen Schiss. Roman wollte Stimmung machen. Ja, tolle Stimmung, bei der fast einer drauf geht. Komm, jetzt übertreibst du. Roman ist manchmal wie ein kleiner Junge, der über die Stränge schlägt. Andrea, ich hatte Todesangst. Ich hab geglaubt, dass er mich jetzt umbringen will. Er konnte ja nicht ahnen, dass dir so schnell die Puste ausgeht. Billy, jetzt tust du ihm aber wirklich Unrecht. Andrea, ich sag ja nicht, dass er es geplant hat. Aber weißt du, das war kein Spaß mehr. Das war bitterer Ernst. Du hast ihn in keinster Weise provoziert. Warum sollte der da plötzlich ausrasten? Wenn wir das nächste Mal schwimmen gehen, dann schubst du ihn einfach vom Beckenrand. Ja, also wenn, dann vom 10-Meter-Bett. Annyeonghaseyo, Abusi. Guten Tag. Darf ich meinen Spiegel schon einen Moment stören? Selbstverständlich. Wenn du Önni suchst, die ist über Nacht bei Hanna geblieben. Die beiden sind wieder nicht mit Reden fertig geworden. Du weißt ja, wie das ist. Wie sagt man so schön? Ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch. Was verschafft mir die Ehre, lieber Schwiegervater? Ich mach mir Sorgen. Wie du weißt. Sehen wir, die Familie steht als Ganzes. Das Glück jedes Einzelnen ist das Glück von uns allen. Das Leid jedes Einzelnen ist das Leid aller. Ich weiß. Und ich bin froh, Teil dieser Familie zu sein. Und wenn ich irgendwas tun kann, um dir deine Sorgen zu nehmen, werde ich gerne helfen. Manchmal wünscht man sich Veränderungen. Man möchte ausbrechen aus dem Alltag. Neues entdecken. Doch Heimlichkeit ist dabei ein schlechter Ratgeber. Nur Wahrheit bietet die Möglichkeit zu verzeihen. Ja, Jod. Aber um welche Wahrheit geht es denn? Ein Kind ist ein Geschenk. Es hat verdient geachtet zu werden. Jetzt verstehe ich, was du meinst, Yongsu. Und ich bin auch voll und ganz deiner Meinung. Es gibt nichts Wichtigeres für das Glück einer Familie als die Wahrheit und Kinder. Danach werdet ihr handeln? Aber hallo! Das heißt, du kannst mir vertrauen, Yongsu. Manchmal möchte man darüber reden, aber es ist der falsche Zeitpunkt. So wie vor ein paar Tagen. Aber jetzt fühle ich, dass die Zeit reif ist. Bei mir hat sich einiges geändert. In finanzieller Hinsicht und auch, naja, in allem eben. Mir liegt Unis Glück sehr am Herzen. Ich werde dich nicht enttäuschen, Yongsu. Ich hatte Zweifel. Doch bin ich froh, einen Mann von Ehre von mir zu haben. Wie wär's mit einer Runde Baiser? Oh, Roman, du bist grausam. Du weißt doch, dass ich da nicht widerstehen kann. Immer noch sauer wegen gestern. Ich wollte dich wirklich nicht erschrecken. Danke. Ach, mach schon auf. Wir wissen, was da drin ist. Ja, los, ich auch. Wahrscheinlich ein Fläschchen Arsen, hm? Wow! Oh, die ist ja. Totschein? Hey, hey, hey! Fälsch, ne? Komm, sitz auf! Gut gegen Wasserscheu! Wow, 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 wow! Hey, 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 hey. Sag mal, Andrea, wie wär's denn, wenn wir heute in der Mittagspause wieder ins, in die Sauna gehen? Ich war zwar erst ein paar Mal in der Sauna, aber es tut wirklich gut. Ist ja auch toll, dass ihr eine Sauna im Haus habt. Ich kriege ja völlig Platzangst, wenn ich eine Sauna nur von außen sehe. Oh nee, jetzt nicht schon wieder diese Geschichte. Oh, Billy, komm. Ein Schein-Ehepaar erzählt deinen Witz. Jetzt erzähl mal. Ja, ist noch nicht lange die Geschichte. Also es war so, in meinen wilden Jahren, ja, da war ich mit meiner Frau, also mit meiner Freundin, Drita, waren wir auf einer Party, ja, und dann ging wir in die Sauna, dann, ihr wisst schon, ne, in der Sauna. Ja, ne, und dann haben ein paar Jungs von der Clique sich einen blöden Spaß erlaubt und haben dann die Sauna zugesperrt, ja. Und Drita hat fast eine Überhitzung gestorben, es war unglaublich. Und zum Glück hat uns ihre Schwester, hat uns dann noch rechtzeitig gefunden und wir kamen raus. Das war die Geschichte schon, mehr als dann. Ja, also, wenn wir jetzt noch die Gläser fürs Fokse holen wollen, müssen wir los. Ja, wir müssen los, genau. Ja, ich hole dich dann in der Mittagspause ab für die Sauna, ja. Danke für die Brille. Ja, komm, wir müssen gehen. Tschüss. Sag mal, als Bezahlen denken die wohl überhaupt nicht, wie? Ich hab sie eingeladen. Na gut, dann lade ich dich ein. Billy ist immer noch komisch drauf. Findest du? Ja, also diese Sache im Schwimmbrücken, hat sie immer noch nicht so ganz verarbeitet. Billy übertreibt, wie immer. Das müsste dir doch aufgefallen sein, dass sie total in Panik geraten ist. Hey, du denkst doch wohl nicht ernsthaft, dass ich Billy etwas tun wollte. Nein. Ich habe mir einen Spaß erlaubt und der ist schiefgegangen. Das ist alles. Aber das mit der Schwimmbrille, das war echt zu ist von dir. Weißt du, vielleicht sollten wir einfach öfters versuchen, was zu dritt zu unternehmen. Und du könntest ja auch versuchen, Billy, zu zeigen, dass du eigentlich nicht so viel gegen sie hast. Na ja, wenn du es dir so sehr wünschst, dann bin ich ab jetzt immer mit von der Partie. Danke. Sag mal, hast du überhaupt geschlafen? Null. Also weht das wirklich nicht weiter. Also irgendwann klappst du wirklich zusammen. Ich weiß, aber jedes Mal, wenn ich die Augen zumache, dann sehe ich Frank vor mir und die andere Frau und das Kind. Jetzt hör doch auf. Also man kann sich auch selber fertig machen. Weißt du, was ich am liebsten tun würde? Ja, wahrscheinlich deinen Mann endlich mal zur Rede stellen. Nee, einschlafen, irgendwann wieder aufwachen und feststellen, dass das alles nur ein böser Traum gewesen ist. Also den Kopf in den Sand zu stecken, hat noch nie geholfen. Und ist auch egal in welcher Tradition. Ich hab's. Hey, da bist du ja. Ich hab dich in Maschers gesucht. Frank, was ist denn los? Nichts, ich bin einfach nur glücklich. Dein Vater war gerade eben bei mir. Mein Vater? Ja, ja und? Und ich hab dir etwas Wichtiges zu sagen. Was? Dass ich dich liebe. Ja, wie mehr nicht? Entschuldigung. Naja, du hast ja recht. Ich hab dir noch etwas zu sagen. Etwas sehr Wichtiges sogar. Wir haben uns doch vor ein paar Tagen darüber unterhalten, wie es wäre, wenn wir beide, du und ich, also wenn wir ein gemeinsames Kind hätten, ja? Ja. Äh, ich habe da ablehnend reagiert. Das war dumm von mir. Das heißt, es war der falsche Zeitpunkt. Und darüber hast du jetzt mit meinem Vater gesprochen? Mhm. Kim, ich liebe dich. Es könnte nichts Schöneres für mich geben, als ein gemeinsames Kind mit dir. Ein Kind mit mir? Ja, mit wem denn sonst? Ich weiß, dass ich ihn in letzter Zeit vernachlässigt habe, aber das wird sich ändern. Lass uns doch gleich nachher etwas Schönes zusammen machen, hm? Wie wäre es mit Schwimmhalle? Da waren wir doch so lange nicht mehr. Und du bist doch so eine Wasserratte. Ja, ja gut. Ja? Gut, ich muss nochmal schnell weg. Was erledigen und über alles andere sprechen wir später, okay? Alles andere? Jo, tschüss. Kannst du mir das bitte erklären? Nein. Aber ich bin bloß froh, dass es so ist, wie es ist. Und wenn er die drei Kinder macht, ich meine, da wird es immer noch ein anderes geben. Das weiß ich. Aber trotzdem ist es doch ein Neuanfang für Frank und mich. Ach, sag mal, traut er sich jetzt nicht rein, oder was? Na ja, vielleicht ziert er sich ein bisschen. Weißt ja, wie Männer sind. Ah ja? Roman, wo bleibst du denn? Ey, jetzt stell dich nicht so an, ich gucke auch nicht. Ich hab deine Sonnenbrille, ich hab deine Schwimmbrille auf und die ist beschlagen wegen der Hitze. Finger ist soweit. Aber mit Klamotten gilt nicht. Puh, das ist aber heiß. Kein Wohl in der Sauna. Wenn man mit zwei so tollen Frauen in der Sauna sitzt. Welcher Mann hat das schon? Ich liebe gemischte Sauna. Oh, nicht anzüglich werden. Sonst kriegst du gleich die Brille verpasst. Komm her. Hier. Okay. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, wenn mal aus der gemischten Sauna keine gemischten Gefühle werden. Mann. Also, nee, wenn ihr mich so anschaut, dann leg ich mal lieber die Brille auf. Ja. Ja. Oh, 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 oh. 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 Und jetzt. Jetzt lernst du mein wahres Ich kennen. Jetzt kommt das böse Ungehalt. Oh, 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 oh. Vater. Unser Kind. Unser Kind. Ich kann mir das so richtig schön vorstellen. Wir drei Männer und du. Ach, das ist ein junger Hirn, steht also auch schon fest. Ja, klar. Bevor du die Fußballmannschaft planst, solltest du den Kleinen wirklich den Windeln entsteigen lassen. Ja, und wovon er das macht, müssen wir im ersten Mal machen. Und es wird doch ein Mädchen. Nein! Hi. Hi. Wo ist denn Robby? Robby ist in seinem Zimmer, spielt mit seinem Formel-1-Blitzer und hört Musik. Ich geh mal gucken. Nee, warte, lass ihn mal ein bisschen allein. Ich glaube, es ist gut, wenn er ein bisschen seine Ruhe hat. Okay, wenn du meinst. Wie war Geschichte? Geschichte ist so ein Glück, Geschichte. Ja, ging so. Ging so heiß wahrscheinlich in Doro-Sprache mindestens zwölf Punkte, oder? Mal sehen. Mir tun sowas meine Knochen weh. Dabei habe ich nur vier Stunden gesessen und geschrieben. Doro, kannst du mir mal bitte den kleinen Schraubendreher aus dem großen Werkzeugkasten geben? Och, Mensch, Charlie, ich möchte einfach nur sitzen und ein bisschen relaxen. Mensch, Doro, kleiner Schraubendreher aus großer Werkzeugkiste. Das soll heißen, verdirrt mir die Überraschung nicht in Charlie-Sprache. Hm. Oh, Rumkugeln. Das habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Abiturgestresste sollten immer wieder Rumkugeln zu sich nehmen, damit sie in ihrer neuen Wohnung rumkugeln können. Mann, Doro. Was heißt denn Mann, Doro in Charlie-Sprache? Mann, Doro heißt... Ich hab dich lieb. Ohne Worte, aber eindeutig Doro-Sprache. Ist was? Ich muss schon wieder an Robby denken. Das hat mir seine Therapeutin gegeben. Vorsicht. Oh Gott. Guck mal. Kinder, die von Familienangehörigen missbraucht werden, verlieren oft vollkommen das Vertrauen zu den Menschen. Ja, aber Robby vertraut uns doch. Na ja, erst hat er dich beschuldigt, und dann hat er sich mir nicht anvertraut. Kinder denken immer oft, sie haben die Schuld und haben vielleicht die Familie zerstört. Und manchmal brauchen sie dann eine lebenslange Therapie. Und manchmal führt das auch zu Selbstmord. Meine Eltern müssen echt dafür bestraft werden. Ja, aber du weißt ja, was der Anwalt gesagt hat. Die sind jetzt in Australien, und da hat man einfach keinen Zugriff auf sie. Aber die können doch nicht einfach Robbys Leben zerstören und ungestraft davon kommen, oder? Na, du siehst aber happy aus. Das bin ich auch. Aber wir hatten so einen klasse Tag zusammen, Frank. Und ich in der Schwimmhalle, du hättest uns mal sehen sollen. Wir haben rumgetobt, schlimmer als Kinder. Ja, habt ihr noch geredet? Ich mein, über diese nette Frau und ihr Kind? Nein. Frank liebt mich. Jetzt guck doch nicht so. Du hättest ihn uns mal sehen sollen. Wir haben wieder zueinander gefunden. Hanna, so sehr kann ich mich doch nicht täuschen. Mein Herz, mein Bauch, mein Verstand, alles sagt mir, dass Frank mich liebt. Und sag doch mal ehrlich, glaubst du wirklich, dass er sich so verstellen könnte? Na, immerhin ist ihm gelungen, bis jetzt hier diese Frau zu verheimlichen, oder nicht? Vielleicht war das ja bloß eine einmalige Sache, ein einmaliger Seitensprung. Und selbst wenn nicht, Frank und ich gehören doch zusammen. Und wenn wir erstmal ein Kind miteinander... Hör mal, denkst du denn wirklich, dass ein Kind mir Ehe kippen kann? Was heißt denn hier Ehe kippen? Frank und ich wollen das Kind, weil wir es wollen. Punkt. Kim? Weil ich hab dich doch die ganze letzte Zeit erlebt. Ich mein, ich weiß genau, wie selbst diese Frau belastet. Und wenn du jetzt diese Wahrheit verdrängst, dann holst du dich eh irgendwann wieder ein. Mit oder ohne eigenem Kind. Und außerdem, ich bin mir nicht mal sicher, ob du überhaupt dieses Kind willst. Das stimmt nicht. Ich will schon lange ein eigenes Kind. Ich hab das bisher bloß nicht zugelassen wegen meines Studiums. Das ist alles. Aber trotzdem, ich mein, du kannst dieses andere Kind nicht einfach wegzaubern. Das muss ich auch gar nicht. Frank und ich, wir lieben uns. Und das ist doch alles, was zählt. Und das Kind von der anderen Frau, das lässt sich doch irgendwie regeln. Mutter, ich glaube nicht dir, sondern Robby. Das, was ihr ihm da angetan habt, ja, das war... Mutter, du brauchst es nicht leugnen. Das hat doch keinen Sinn. Dafür hasse ich dich nur noch mehr. Du hast ihm nicht geholfen. Du hast diesen ekelhaften Mann verteidigt. Und ich gebe nicht eher Ruhe, bis ihr eure gerechte Strafe dafür bekommt. Ist das klar? Obwohl. Für eine Viertelmillion könnte ich die Sache vergessen. Ernie? Hier. Wow. Na komm schon. Ich warte. Jetzt sofort? Das Abendessen fällt heute aus. Heute gibt es nur Nachtisch. Boah. Das ist mir ja seit Jahren nicht passiert. Gewöhn dich mal lieber dran. Von nichts kommt nichts. Auf uns und unser Kind. Auf dich? So, jetzt komm. Oh, Momentchen mal. Ich gehe doch noch schnell unter die Dusche, ja? Fünf Minuten. Drei. Zwei. Ich warte im Schlafzimmer auf dich. Eine. 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 Ich warte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020